So, liebe Leute, willkommen zu dieser DAISY-Geschäftspräsentation. Heute geht es darum, DAISY richtig zu verstehen, zu verstehen, wie man hier ein passives Einkommen aufbauen kann, sowie ein aktives. Wenn Sie denn hier aktiv werden wollen, dann ergeben sich ganz andere Möglichkeiten für Sie. Aber zunächst wollen wir uns die Verzichtserklärung einmal anschauen. Und wenn Sie die Aufnahme schauen, bitte auf Pause drücken, sich alles genau durchlesen, denn alles, was hier steht, ist sehr wichtig. Allerdings möchte ich eine Sache hervorheben, und zwar sind wir hier in einem Hochrisikobereich. Das heißt, wir gehen viel Risiko ein, aber dementsprechend können wir auch gute Ergebnisse oder sehr gute Ergebnisse erwarten. Das ist ja immer dieser Kompromiss zwischen Risiko und Ergebnis. Je mehr Risiko, desto mehr Ergebnis ist. Je weniger Risiko, desto weniger Ergebnis. Und die bisherige Wertentwicklung von DAISY garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig, liebe Leute. Und damit starten wir in die Präsentation. Also zunächst einmal, was ist DAISY? Wenn man DAISY mit einem Satz beschreiben wollte, dann würden wir sagen, eine Gemeinschaft mit grenzenloser Zukunft. Das sieht auf den ersten Blick wie so ein Spruch aus, wie so eine Floskel. Aber im Verlauf der Präsentation werden Sie verstehen, dass da wirklich was dahinter steckt. Also was ist DAISY genau? DAISY ist ein Crowdfunding-Projekt. Also das ist vor allem ein Crowdfunding-Projekt. Und 100% der Transaktionen werden auf einem Smart-Contract gemanagt. Und derzeit wird die Technologie von Endotech, die sogenannte DAISY-AI, gecrowdfundet, beziehungsweise massenfinanziert. Crowdfunding steht ja für Massenfinanzierung, wo sich viele Menschen zusammentun, um etwas Großes zu finanzieren. Und AI steht für Artificial Intelligence, zu Deutsch Künstliche Intelligenz. Also wir würden im Grunde KI sagen und nicht AI. Aber im weiteren Verlauf würde ich den Begriff AI verwenden, denn dieser Begriff findet sich auch im Namen wieder. Also DAISY steht für Dezentrales AI-System. So, und Crowdfunder, wenn Sie jetzt Crowdfunder werden, erhalten Sie nicht nur Echtzeitbelohnungen aus den Trading-Ergebnissen, Handelsergebnissen, sondern auch Anteile an dem Unternehmen Endotech, das die Technologie, für die sie liefert. Und DAISY nutzt die Kraft der Community, der Masse, um diese bahnbrechende Technologie zu unterstützen. DAISY ist zwar neu auf dem Markt, also bald zwei Jahre, allerdings gibt es schon eine sehr beeindruckende Erfolgsbilanz. Seit Januar 2021 haben sich 170.000 Mitglieder der Community angeschlossen und das haben schon 1,5 Millionen Transaktionen stattgefunden auf dem Smart-Contract und mehr als 200 Millionen Euro, beziehungsweise USDT ist ja fast gleich mittlerweile, es war ja mal 1 zu 1 vor ein paar Monaten, über 200 Millionen US-Dollar beigetragen und über 120 Millionen wurden schon bereits ausgezahlt an die Community-Teilnehmer. Und allein 34 davon über die Handelsbelohnungen, also die Handelsbelohnungen aus dem AI testen und entwickeln. So, das Forex AI, das heißt der Forex Handel, hat im Mai 2021, 2022 gestartet und die Crypto AI, die gibt es ja schon seit Januar 2021, aber die zweite Version, die 2.0, hat am 1. Juni gestartet. Genau. Und ja, die DAISY Community unterstützt auch ein Launchpad mit dem Namen Uplift, aber in dieser Präsentation werden wir das Thema Uplift nicht behandeln. Einmal über Endotech gesprochen. Endotech ist ein Unternehmen aus Israel. Endotech hat auch das dezentrale AI-System entwickelt. Sie haben auch den Smart-Contract entwickelt und wen Sie hier sehen, ist die Frau Dr. Anna Becker. Sie leitet das Unternehmen Endotech. Sie hat das Unternehmen auch gegründet und mit DAISY AI möchten Sie die nächste Generation des AI-Handels vorantreiben, um die Nummer 1 auf dem Markt zu werden. Und Endotech verfügt über eine starke Erfolgsbilanz. 150 Investmentfirmen in den USA, Europa und Asien haben Endotech vertraut und haben sich die Dienstleistungen von Endotech quasi haben die Dienstleistungen in Anspruch genommen. Seit über 20, seit über 25 Jahren gilt Frau Dr. Frau Dr. Becker als Pionier und führender Wissenschaftler im Bereich Künstliche Intelligenz und Finanztechnologie. Einmal das Equity Crowdfunding-Modell erklärt. Es ermöglicht den Menschen an der Entwicklung des Handels AI teilzunehmen und dadurch Belohnungen zu erhalten und auch Anteile. Und es gibt zwei verschiedene Beitragskategorien. Einmal Krypto, also der Handel von Kryptowährungen und einmal Forex. Forex ist ja neu im Mai gestartet und es gibt jeweils zehn Beitragsstufen in jeder Kategorie und man kann hier schon ab 100 Dollar teilnehmen. So, in den Stufen 3 bis 10 gehen 70% des Beitrages in das Live Trading und in den Stufen 1 bis 2 gehen 50% des Beitrages in das Testen und entwickeln das Trading. So, ja, im Fall von den Stufen 3 bis 10 gehen 70% alle Handelsgewinne gut, ne, eigentlich gilt es für alle Stufen 70% aller Handelsgewinne gehen an die Mitglieder, 15% gehen zurück an die Community und 15% gehen an Endotec. So, und jedes Mitglied, das mit mindestens Stufe 2 startet, bekommt auch Anteile aus einem 5% Anteilspool des Unternehmens Endotec. So, ja, wie erwähnt, Krypto hat im Januar 2021 gestartet. Das Ergebnis war zu Hochzeiten 120%. Danach mussten wir Verluste von 30% hinnehmen. Allerdings hat sich das AI-Team von Endotec die Algorithmen nochmal angeschaut, hat sich verbessert und hat die zweite Version von Krypto AI im Juni 2022 gelauncht. und die KI 2.0 erreichte auf den Testkonten durchschnittlich 300% im Jahr und genau und diese Version 2.0 wird ihre Leistung in den kommenden Monaten unter Beweis stellen. Kommen wir einmal zu dem Crowdfunding Modell. Wie schon erwähnt, gibt es zehn verschiedene Stufen. Stufe 1 kostet 100 Dollar und die Beiträge verdoppeln sich mit jeder Stufe. Das heißt, in Stufe 2 haben wir schon 200 Dollar, in Stufe 3 400 und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt alle Pakete gekauft haben wollen, dann hätten wir 102.400 Dollar ausgegeben. Davon würden 71.550 Dollar in das Live Trading gehen und wir hätten insgesamt wie viele Anteile 256 Anteile in dem 5%igen Aktienpool und sobald Endotec an die Börse geht, bekommen wir auch die Aktien von Endotec. So, es gibt die sogenannten Forex Momentum Pakete, das geht nur für Forex, nicht für Krypto, sobald sie 5 Pakete gekauft haben, sie werden hier Tier genannt, das sind die Stufen, also im Deutschen nennen wir sie die Beitragsstufen und auf der nächsten Folie sehen wir, wie man sich dafür qualifizieren kann und zwar gibt es die Pakete seit Juni, die wird es auch im November, im Dezember geben und die Voraussetzung für die Teilnahme ist mindestens 5 Stufen gekauft zu haben, sobald sie 5 Stufen haben, können sie sich ein Momentum Paket pro Stufe kaufen, das heißt wenn sie 5 Stufen haben, können sie ein 5 Stufen Momentum Paket kaufen, wenn sie 6 Stufen haben, können sie ein 5er und 6er Momentum Pack haben, allerdings wenn sie alle 10 Stufen haben, dann können sie eine unbegrenzte Anzahl von Momentum Paketen kaufen, also wenn sie jetzt alle 10 Stufen haben, hätten sie jetzt theoretisch 10, meinetwegen auch 20, 5 Stufen Pakete von diesem Momentum Paket kaufen können und dabei gehen 90%, 90% gehen in das Live Trading, also anstatt den 50% bis 70% gehen ganze 90% in das Trading so welche Vorteile gibt es für passive Teilnehmer ich habe ja eingangs erwähnt man kann hier passiv aber auch aktiv teilnehmen so wenn sie passiv teilnehmen haben sie drei Möglichkeiten sie bekommen eine potenzielle Rendite aus dem Verkauf von Endotec Aktien also heute erhalten wir ja diese Anteile aus diesem 5% Pool und wenn Endotec an die Börse geht werden Aktien raus die sie dann verkaufen können beziehungsweise behalten und Dividenden bekommen ja die zweite Möglichkeit ist Handelsbelohnungen das heißt sie müssen hier niemand eingeladen haben um diese Belohnungen zu erhalten und wenn wir über Forex sprechen dann hat Forex von Mai bis November über 300% geliefert das heißt das können sie mitnehmen als passiver Teilnehmer und drittens sie können ein sogenanntes Spillover in der Matrix bekommen die Matrix besprechen wir noch aber es ist so wenn sie einen starken Sponsor haben einen ja einen starken Sponsor über ihnen dann können sie potenziell Spillover bekommen das heißt drei Teilnehmer in der ersten Ebene bin sie Generationen und neun Teilnehmer in der zweiten Generation also insgesamt zwölf Teilnehmer die dann von ihrem Sponsor rüberschwappen können sozusagen so und wenn diese Leute dann Pakete kaufen können sie Provisionen bekommen über die Provisionen sprechen wir noch einmal hier zunächst einmal wie man bei diese teilnehmen kann also da es ja ein dezentrales Projekt auf dem Smart Contract ist benutzen wir ein dezentrales Wallet in dem Fall ist die Empfehlung TronLink es gibt noch andere Wallets die man benutzen kann aber die Empfehlung Nummer eins ist TronLink man braucht also die App beziehungsweise die Google Chrome Erweiterung wenn sie das Ganze auf dem Desktop nutzen möchten man braucht USDT das ist der Stable Coin auf der Tron Blockchain auf dem TRC20 Protokoll und man braucht natürlich auch etwas Tron das ist die native Währung von der Tron Blockchain um die Energiegebühren bezahlen zu können so was sie noch brauchen ist der Empfehlungs Link von ihrem Sponsor den geben sie einfach in den Browser von Tron Link ein und folgen einfach den Anweisungen das ist wirklich ganz easy und es gibt auch entsprechende Anleitungen auf YouTube oder anderen Kanälen so hier einmal der Empfehlungs Plan für Leute die hier etwas aktiver werden wollen also nicht nur passiv teilnehmen möchten und hier kann man drei verschiedene Boni verdienen einmal die persönliche Empfehlung 5% auf alle Stufen es gibt auch 3,5% der Trading Belohnungen von ihrem direkten Partner und den sogenannten Check Match Bonus 10% von allen Matrix Einnahmen der direkten Partner es gibt sogenannte Teamempfehlungen über die Matrix bis zu 4% in den jeweiligen Stufen und 1% Trading Belohnungen es gibt die sogenannten Bonus Pools Paysetter Gold Paysetter Leader Builder Pool und Achilles Pool aber eins nach dem anderen zunächst einmal die Matrix das ist eine sogenannte 3x10 Matrix in dieser Matrix können sich bis zu 59.000 Teilnehmer befinden und sie müssen die jeweilige Stufe besitzen um in diesen Matrizen teilzunehmen also wenn sie jetzt Stufe 1 haben können sie in der Matrix 1 teilnehmen wenn sie Stufe 2 haben können sie in der Matrix 2 teilnehmen und die Matrix wird auf der nächsten Folie erklärt und der Matrix Bonus wird jedes Mal ausgezahlt wenn jemand einen Beitrag leistet ein Paket bucht der Bonus kommt automatisch auf ihr Wallet und die Auszahlung müssen sie nicht mal beeintragen also es ist alles automatisiert über das Smart Contract so das ist die Matrix wie erwähnt 10 Generationen wie nennen sie Generationen hier auf der Folie steht Level aber Generationen wäre richtig so und das ist eine 3x10 Matrix das heißt in der ersten Generation haben wir drei Teilnehmer in der zweiten 9 in der dritten 27 und so weiter und so weiter und wenn wir alle Generationen zusammenzählen dann hätten wir potenziell insgesamt 88 Teilnehmer die in die Matrix passen und es gibt 10 Matrizen einmal für Beitragsstufe 1 2 3 4 und so weiter so um in diesen Matrizen teilzunehmen müssen sie die jeweilige Beitragsstufe haben das heißt wenn sie jetzt das Paket 1 haben mit 100 Dollar dann können sie in der ersten Matrix teilnehmen wenn sie die zweite Stufe haben dann können sie in der zweiten Matrix teilnehmen und so weiter und so weiter und wenn sie in die dritte Stufe wollen in die dritte Matrix wollen dann müssen sie upgraden auf das dritte Paket mit 400 Dollar so das sind die jeweiligen Matrix Belohnungen um in der ersten Matrix teilzunehmen um die erste Generation freizuschalten müssen sie nichts machen ja absolut nichts und in der zweiten um in der zweiten Matrix teilzunehmen muss man muss man keine persönlichen Partner haben allerdings muss man gar nichts haben also die ersten zwei Ebenen die ersten zwei Generationen bekommt man quasi geschenkt so um sich für die dritte Generation zu qualifizieren muss man drei direkte Partner haben die insgesamt 1000 Dollar beigetragen haben so und in der dritten Generation kann man bis zu 27 Teilnehmer haben so und wenn man jetzt Teilnehmer in den ersten zwei Generationen hat dann kann man von Stufe 1 und zwei Paketen jeweils 4% Matrix Bonus bekommen und von den Stufen 3 bis 10 jeweils 2% Matrix Bonus bekommen und wenn es weiter runter geht dann in den Generation 3 bis 8 bekommt man 3% auf die kleinen Pakete und 1,5% auf die großen Pakete so und in den Generation 9 und 10 werden die Matrix Boni wieder größer 4% auf die kleinen Pakete und 2% auf die großen Pakete wenn Sie persönlich jemanden einschreiben also wenn Sie einen direkten Partner haben der sich direkt mit Ihrem Empfehlungslink angemeldet hat dann bekommen Sie 5% von allen Stufen also hier macht es keinen Unterschied ob das Stufe 1 2 3 oder 4 ist Sie bekommen 5% und Sie müssen nicht das entsprechende Paket haben Sie können auch mit einem Paket 1 Empfehlungsbonus auf Paket 10 bekommen diese Möglichkeit gibt es und Sie erhalten auch 3,5% aller Trading Belohnungen aller Handelsgewinne der direkten Partner wenn der direkte Partner meinetwegen 1000 Dollar in der jeweiligen Woche auszahlt dann bekommen Sie 35 Dollar Belohnung dafür so man bekommt außerdem 10% Checkmatch das heißt man bekommt 10% auf alle Matrix Einnahmen der direkten Partner so und das wird auf alle Stufen ausgezahlt Krypto und Forex in Echtzeit auf ihre Wallet so Residual Residual bedeutet Prozentsatz oder ja Bonus auf die Handelsgewinne so das heißt wenn ihr Partner ihr direkter Partner das Beispiel hatten wir schon 1000 Dollar auszahlt dann bekommen sie 35 Dollar wenn ihre Partner in den Generationen 2 bis 10 Auszahlungen tätigen dann bekommen sie 1% davon also insgesamt werden 12,5% auf die Handelsgewinne ausgeschüttet so und wenn sie wenn sie jetzt richtig aktiv sind und richtig Gas geben und 24 direkte Empfehlungen erreichen in 30 Tagen die insgesamt 128.000 Dollar beitragen dann werden sie zum sogenannten Pace Setter Gold ja was welche Vorteile hat der Pace Setter der Pace Setter bekommt einen Anteil aus dem globalen Pool und in diesem Pool befinden sich 1,8% aller Crowdfunding Beiträge und 1,25% aller Handelsprämien und außerdem noch Anteile aus dem 5% Aktien Pool das heißt wenn der Pool jetzt meinetwegen 6000 Dollar hat und es gibt 600 Pace Setter dann bekommt man jeweils 10 Dollar wenn sie denn drei dieser Leute drei Pace Setter Gold in ihrer ersten Ebene aufbauen dann werden sie zum Pace Setter Leader so der Pool ist genauso groß wie der Pace Setter Gold Pool allerdings gibt es ja viel weniger Pace Setter Leader das heißt ihr Anteil wird viel größer also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben mit den 6000 Dollar im Pool und es gibt 60 Leader dann bekommt jeder 100 Dollar anstatt von den 10 bei den Gold so so Forex Builder Pool ist auch ein Pool an dem man teilnehmen kann links werden sie sehen wie dieser Pool gefüllt wird mit welchen Beiträgen wo das Geld herkommt und in in der Mitte sehen sie was was sie dafür tun müssen um die Anteile zu bekommen man muss 5000 Dollar Beitrag in der direkten Ebene haben also Beiträge die die direkten Partner leisten und es gilt eine sogenannte 50% Regel das heißt die 5000 können jetzt nicht von einem Mitglied kommen mindestens 50% müssen von einem anderen kommen diese 50-50 Regel und ja das qualifiziert sie für einen Anteil in dem Builder Pool und typischerweise haben wir ungefähr 200 Dollar pro Anteil und das ist ein monatlicher Bonus und sie bekommen einen doppelten Anteil wenn sie mindestens vier Anteile verdienen und verdienen sie mindestens vier Anteile drei Monate in Folge erhalten sie diese Anzahl von Aktien für die Lebensdauer des Pools so es gibt noch ein Pool ein sogenannter Forex Achievers Pool hier geht es darum einen Paysata Gold aufzubauen in dem jeweiligen Monat und wenn sie das erreicht haben bekommen sie einen Anteil und ein Forex Achiever Anteil ist üblicherweise 5000 Dollar Wert das hängt vor dem jeweiligen Monat ab aber im Schnitt waren es bis jetzt 5000 Dollar so nochmal zum Thema wie man hier einsteigt entweder benutzt man ich sehe das ist auf Englisch das gleiche hatten wir schon auf Deutsch ich glaube die nächste Folie ist auf Deutsch ja genau wir brauchen entweder eine Tronlink App auf unserem Telefon oder die Tronlink Chromerweiterung auf dem Desktop wir brauchen OSDT und wir brauchen Drohnen um hier uns einzuschreiben aber am besten sie kontaktieren denjenigen der ihnen das Video zeigt derjenige wird auch die ganzen Anleitungen haben oder kann sie sogar an der Hand führen und ihnen zeigen wie das Ganze geht zum Thema Community die Community trifft sich wieder also wir hatten dieses Jahr ein Meeting in Dubai in der Coca-Cola Arena die sie jetzt hier auf dem Bild sehen und das nächste Meeting findet im Februar statt 21. bis 22. Februar in der Coca-Cola Arena in Dubai alle Infos und Tickets finden sie unter der Adresse toldyouso 2023 Punkt Komm So langsam neigen wir uns dem Ende der Präsentation dazu und wenn sie wenn ihnen gefallen hat was sie gesehen haben und wenn sie noch nicht Teil der Community sind dann kontaktieren sie gerne denjenigen der ihnen das Video gezeigt hat derjenige wird auch einen Empfehlungslink für sie haben das heißt sie brauchen Tron Link mit USDT und Tron drauf und den Link von ihrem Sponsor und schon können sie Teil dieser Community sein ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in Dubai und